Guten Abend und frohe Weihnachten! Heute, am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um bei dem Fest der Familie und der Besinnlichkeit gemeinsam die Weihnachtsgeschichte zu lesen. Und so geht sie. Vor 2000 Jahren war der römische Kaiser Augustus der mächtigste Mann der Erde. Er ordnete eine Volkszählung an, weil er wissen wollte, wie viele Untertanen er wohl hatte. Dazu mussten sich alle Menschen seines riesigen Reiches in ihrer Geburtsstadt in eine Liste eintragen. Der Zimmermann Josef lebte mit seiner Frau Maria in Nazareth. Für Maria war das besonders beschwerlich, denn sie erwartete ein Kind. Sie saß auf einem Esel, weil sie wusste, die Geburt war nicht mehr fern und sie nicht mehr zu Fuß gehen konnte. Als sie in Bethlehem ankamen, war es schon dunkel. Josef fragte in mehreren Gasthäusern nach einer Unterkunft nach, aber nirgendwo war ein Zimmer für sie frei. Verzweifelt führte er den Esel mit Maria weiter durch die Gassen. Aber ganz egal, wo er auch fragte, niemand wollte sie aufnehmen. Am Ende fand er nur einen Stall, in dem sie bleiben konnten. Und Maria war froh, wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Denn sie spürte, dass ihr Kind wohl bald kommen würde. Es bewegte sich immer heftiger in ihrem Bauch. Und tatsächlich noch in dieser Nacht kam das Kind zur Welt. Und plötzlich erstrahlte am Himmel über Bethlehem ein heller Stern. Maria wickelte das Neugeborene in Windeln und Josef füllte eine Futterkrippe mit Heu. Behutsam legte die junge Mutter das Kind dort hinein, denn sie hatten kein anderes Bett. Maria und Josef betrachteten den winzigen Jesus. Er lag genauso hilflos da wie andere Neugeborene. Doch von einem Engel wussten sie, dass er ein besonderes Kind war. In dieser Nacht hielten einige Hirten draußen auf dem Feld Wache bei ihren Herden. Und plötzlich erstrahlte am Himmel ein ungewöhnliches Licht und die Hirten bekamen es mit der Angst. Ein Engel trat zu ihnen und sagte, Fürchtet euch nicht, ich bringe euch und allen Menschen eine frohe Botschaft. Heute Nacht ist in Bethlehem Gottes Sohn geboren worden. Ihr findet ihn in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Kaum hatte der Engel diese Worte gesprochen, erschienen noch mehr Engel. Sie lobten Gott und sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Dann wurde es wieder still und dunkel. Die Hirten redeten aufgeregt durcheinander und beschlossen, nach Bethlehem zu ziehen und das neugeborene Kind zu suchen. Sie fanden den Stall und das Kind in der Krippe, genau wie es der Engel geweissagt hatte. Maria und Josef wunderten sich, woher die Hirten von der Geburt wohl wussten. Da berichteten diese von dem Engel, der ihnen erschienen war, knieten vor dem Kind nieder und beteten. Schließlich verließen sie den Stall, liefen in die Stadt und erzählten allen, was in dieser Nacht geschehen war. Im Morgenland, weit, weit entfernt von Bethlehem, lebten drei weise Männer. Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, beobachteten sie wie oft den Sternenhimmel. Dabei entdeckten sie einen neuen Stern, der größer war und heller leuchtete als alle anderen Sterne, die sie kannten. Die weisen Männer wussten, was das zu bedeuten hatte. Ein neuer König war geboren worden, der mächtiger war als alle anderen Könige auf Erden bisher. Und den wollten sie unbedingt sehen und anbeten. Also machten sie sich mit Geschenken auf die lange Reise und folgten dabei dem Stern, der sie zum Stall in Bethlehem leitete. Dort fanden sie das Kind in der Krippe und fielen vor ihm auf die Knie. So dann packten sie ihre Geschenke aus, Gold, Weihrauch und Mürre. Maria und Josef sahen sich erstaunt an, denn sie wussten nicht, dass dies die üblichen Geschenke für einen neuen König waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017